ja servus und hallo der src 280 ist wir on tour wir sind heute beim race 1000 in magdeburg kochstein jahrhunde 3 dieses jahr das letzte war dieses jahr 150 fahrzeuge haben sich angemeldet ich bin sehr gespannt was wir heute hier erleben vor allem was für geschwindigkeit die fahrzeuge fahren und ich hoffe wie gesagt dass wir die chance haben jetzt zwei drei leute zum interview zu bekommen viel spaß wir sind heute 103,205 auf der dritte meile am r so und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020